Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Next Play of Hunter Primal. Ja, in letzter Zeit war es, wenn der Grafik schon wieder nicht geklappt, also ich kapier's nicht, ich kapier's nicht mehr. Ja... Oh, da bin ich wieder, gerade ein anderes Problem gehabt. So... Oh nein! Ähm, ich hab von da, ich seh da aber auch einen. Scheiße! Ich bin wieder. Noch einer! Ich glaub, ich spinne. Eins! Noch einer, vier T-Rex Ich glaube, ich spinne Das ist auf jeden Fall T-Rex-Werk-Extrems Nummer 2 Das ist auf jeden Fall 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 Vielen Dank. 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 Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Yo... ... 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 So. 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 schade war nicht weit genug weg dann spielen wir jetzt eine Stunde ganz genau eine Stunde na das erstmal soll ich hingehen dann sag ich mal bis zur nächsten Folge Bye Bye